Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Didi-Thematik geht weiter und weiter und weiter und weiter. Wir haben dieses Mal den ehemaligen Bodyguard, er möchte sogar ehemaliger Bodyguard genannt werden und nicht noch Bodyguard, weil er sich natürlich selber auch sehr schämt für P. Didis-Taten und das kann man auch nachvollziehen. Es gab einen Podcast mit dem, der hat jetzt aber auch ein Interview gegeben. Das haben wir auf jeden Fall jetzt gut synchronisiert und gut übersetzt ins Deutsche und dass es auch ganz frisch ist, heute oder gestern rausgekommen, bin mir gar nicht ganz sicher. Das hat ein aufmerksamer Zuschauer auf jeden Fall mir zugeschickt mit anderen Videos auch. Vielen Dank an dieser Stelle und wir gehen auch rein. Vergesst bitte nicht, wenn ihr meine Arbeit zu würdigen wisst, zu kommentieren, irgendwas reinzuschreiben, wirklich irgendwas. Ihr wisst Bescheid, Leute zu liken, damit es anderen Leuten angezeigt wird. Ihr wisst schon, damit auch andere Leute vielleicht auf das Video oder auf unseren Channels stoßen. Ich danke euch. Und wir gehen auch rein. Let's go. Und dieses Mal haben wir ein bisschen was Besonderes. Und zwar, jeder, der sich ein bisschen auskennt mit KI-Stimmen und so weiter, weiß ganz genau, dass ich keine Kosten und Mühen gescheut habe. Das werdet ihr auch merken anhand von der Qualität von der Stimme. Und ja, das werdet ihr nicht bei irgendeinem 0815-KI-Scheiß finden. Da habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und wir gehen rein. Let's go. Oh, John Deal. Das ist mein Name. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Es war eine Menge los im Camp Tewai. Ich bin froh, wieder da zu sein, Bruder. Das ist es, was es ist. Ich fange gleich an. Du weißt. Du weißt. Du bist bekannt für deine enge Verbindung zu Diddy. Hör auf, hör auf. Wir machen das nicht. Ich meinte das nicht. Auf die schlechte Art. Ich muss das stoppen, weil wir das verdrehen, besonders mit der Atmosphäre, die jetzt ist. Wir machen das nicht. Ich bin bekannt als einer seiner ehemaligen Bodyguards. Lass es uns so nennen, alles klar. Ich kann das voll verstehen. Okay, ehemaliger Body. So bin ich in der Öffentlichkeit bekannt als einer seiner ehemaligen Bodyguards. Aber es geht viel tiefer als das. Wisst ihr, was ich meine? Ich war wie ein großer Unk für ihn. Damals, als er kam, ging durch unsere Crew das gleiche Spiel. Okay, ich hab dich erwischt. Wie ich denke, jeder weiß, dass Diddy angeklagt wurde und ihm eine mögliche lebenslange Haftstrafe droht. Oder zumindest eine sehr minimale, sehr lange Zeit. Mann, was waren deine ersten Gedanken, als du die Nachricht gesehen hast? Das andere ist hierbei, sein aktueller Anwalt ist spezialisiert auf Abwehr einer Todesstrafe. Das muss man hier ganz klar erwähnen. Und das wird nicht einfach so gewählt sein. Wer weiß, was da noch alles rauskommt. Das ist hier die Sache. Als er nach New York zurückkam und die Leute sahen, dass er in New York auf den Straßen herumlief und an verschiedene Orte ging, wusste ich, dass er hier war, um sich dem FBI zu stellen. Nun, sie wissen, dass ein geschworenen Gericht Anklage erhoben hat, wobei ich denke, dass jeder weiß, dass es ziemlich einfach ist, von einem geschworenen Gericht angeklagt zu werden. Aber sie beschuldigen ihn der organisierten Kriminalität, des Sexhandels durch erzwungenen Transport zur Prostitution und sie nennen es ein kommerzielles Sexunternehmen. Glaubst du, dass das die richtigen Anklagen sind, die gegen ihn erhoben wurden? Nun, sie sind die richtigen Anklagen, weil die Bundesbehörden die Anklagen erhoben haben, also müssen sie richtig sein. Aber glaube ich, dass es nur Anklagen sind, ist es derselbe Char, weißt du? Ist es derselbe Char, den R. Kelly untersuchte? Ist es derselbe Char, den Vince McMahon untersuchte? Ist es derselbe Char, den Vince McMahon untersuchte? Also sind die Anklagen richtig. Aber zu sagen, dass ich bin versiert in der Tatsache, dass ich weiß, was die Bundesregierung tut, indem sie ihn anklagt, dass sie sich nur an den Buchstaben des Bundesgesetzes hält. Sie hat sich seine Handlungen angesehen, durch das, was Cassie und Lil Rob geschrieben haben und dann haben sie die Anklagen gegen ihn erhoben, basierend auf dem, was in ihren Aussagen stand und auf Dingen, von denen sie denken, dass sie sie beweisen können. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig hier. Man muss auch Dinge beweisen können. Ich meine, behaupten kann erstmal jeder alles. Deswegen gibt es auch sehr, sehr viele Gerüchte. Und jeder kann erstmal alles anzeigen. Versteht ihr, was ich meine? Aber das muss man alles beweisen können. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du halt die Arschkarte. Aber wenn man das beweisen kann, dann ist es eine andere Sache. Und deswegen haben die ganz klare Sachen, denke ich mal, gewählt, wo es auch wirklich Augenzeugen gibt und wo es eventuell sogar Beweise gibt. Und das wird ihm auf jeden Fall dann zum Verhängnis. Wisst ihr, eines der Dinge, die sie behaupten, ist, dass er Bänder benutzt hat, um Leute zu erpressen, damit sie Teil dieser, ihr wisst schon, Freak-Offs sind. Ihr wisst schon. Im Grunde hat er ihnen gesagt, wie, ihr wisst schon, wenn ihr nicht in mehr Freak-Offs seid, ich werde diese Bänder veröffentlichen. Das sind die tatsächlichen Anklagen, die in der Anklageschrift stehen. Das ist Teil der Anklageschrift. Krass, ja, dann hat er damit wirklich gesorgt, dass die Leute auch dauerhaft die Partys weiterhin besuchen, weil derjenige, der sagt, nee, da gehe ich nie wieder hin oder sonstiges, der macht dann so, ha, ich habe ein Tape von dir. Du kommst wieder und ob du wieder kommst, dein Arsch will dich hier wieder sehen, denn er hat mir gefallen. Dieser Dreckige. Wenn das Teil der Anklageschrift ist, dann ist das so etwas wie eine Erpressung. Er hat Leute erpresst, damit sie bei den Freak-Offs mitmachen. Also ist das, das ist eine Bundesanklage. Das könnte eine Bundesanklage sein. Er kann keine Leute erpressen, um zu sagen, hört zu, ihr habt es einmal getan und ihr werdet es wieder tun. Das wird beim Gouverneur nicht durchkommen. Niemand, das könnte sogar eine Staatsanklage sein, wenn es um Erpressung geht. Und ich glaube, Dawn war eines der Mädchen, die sich vor kurzem geoutet haben und gesagt haben, dass er das mit den Leuten gemacht hat. Okay, also Don von Dirty Money verklagt ihn wegen sexueller Nötigung. Sie sagt, dass er Leute 48 Stunden lang hungern ließ und sie ihm beim Essen zusehen mussten. Was ist das für eine verrückte Scheiße, Mann? Hat die gerade, ja, ihr habt sie gehört. Junge, 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 Junge. Was ist das? Was ist mit diesen Menschen nicht richtig? Bitte, bitte, was ist da los? Sie sagt auch, dass sie bei ihm zu Hause war und er mit ihr geredet hat. Er ist einfach rausgegangen und hat angefangen, sich mit ihr zu unterhalten. Ich habe gesehen, wie er in seiner Unterwäsche war und sich nicht anziehen wollte. Ich habe gesehen, wie er als Sicherheitsbeamter das mit Leuten gemacht hat. Ich habe gesehen, wie er im Haus war und mit ihm durch das ganze Land gereist ist, in Hotels und so weiter. Er hat das immer gemacht. Das war nervig für ihn. Es konnten Männer sein, es konnten Frauen sein und weil er immer die Präsidentensuite hatte, wisst ihr, was ich meine. Also wenn es eine große Suite war, hatten sie einen großen Raum mit einem Klavier und all dem anderen Zeug da drin. Große Tische und sein Zimmer war genau dort. Er kam da raus. Nur in Unterwäsche. Er hatte kein Hemd oder irgendetwas an. Ich habe ihn das oft machen sehen. Okay, vor kurzem hat sein Anwalt ein Interview mit TMZ gegeben und wahrscheinlich war eines der überraschendsten Dinge, die sein Anwalt sagte, war, dass er denkt, dass Diddy zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand gehen wird. Ein Anwalt würde alles sagen, damit es sich gut anhört. Aber wenn ihr wisst, was ich weiß, dass, sobald die Staatsanwaltschaft mit ihm fertig ist, wenn er aufgrund einiger dieser Anklagen in den Zeugenstand geht, er sich wünschen wird, dass er es nicht getan hätte, denn obwohl er vielleicht im Musikgeschäft klug ist, wird er nicht in der Lage sein, diese Staatsanwaltschaft und sie und sie in Frage zu stellen. Das ist irgendwie das, was ich dachte. Ich dachte, er sagte das irgendwie. Ich habe gedacht, dass er das nur gesagt hat, um Diddy unschuldig klingen zu lassen. Denn wenn man bereit ist, in den Zeugenstand zu gehen, um sich selbst zu verteidigen, klingt das für jeden, der zuhört, so, als wäre er unschuldig. Aber ich habe auch gedacht, dass er ein Ego hat, wie er vielleicht tatsächlich denkt, dass er sich selbst retten könnte, indem er in den Zeugenstand geht. Sein Ego hat ihn genau dahin gebracht, wo er jetzt ist. Ja, das hat sein Ego für ihn getan. Ja, ja, der hat wirklich von nichts Halt gemacht. Der ist so ein egoistischer, dreckiger Mensch. Ja, wenn man das alles glaubt und Glauben schenken kann, was man alles gehört hat, ist das schon sehr, sehr dreckig. Wie der Menschen behandelt hat, einfach nur aus dem Grund, weil er mächtig ist, aufgrund seiner Lage, dass er so viel Geld hat und so weiter, dass er tun und lassen kann, was er will. Und das ist wirklich, sind sehr, sehr ekelhafte Eigenschaften von einem Menschen. Nur noch Lügen, Betrügen und Menschen wirklich ausnutzen und wie der letzte Dreck behandeln. Hauptsache, man bekommt, was man möchte, solange nett sein und danach einfach machen, was man will. Und dass da Leute verkauft wurden, der hat so viel Mist gemacht, das ist geistesgestört. Es hat ihn genau dahin gebracht, wo er jetzt ist. Ja. Ja, also denkst du nicht, dass es irgendeine Chance gibt, dass er in den Zeugenstand geht, nicht gegen den südlichen Distrikt von New York. Er ist es nicht. Sie haben ein Team von Anwälten dort. Und, wie sie sagen, sie haben nicht umsonst eine Verurteilungsrate von 98 Prozent. Sie würden es wahrscheinlich lieben, wenn er in den Zeugenstand geht. Und wenn er nicht ein bisschen Woody macht, wird er in großen Schwierigkeiten sein. Du weißt, dass du den kleinen Woody erwähnt hast. Also weißt du, dass es ziemlich hart ist. Ich denke, jeder weiß, wenn du nicht mit dem FBI kooperierst, wird es sehr schwer für dich sein, aus dieser Situation herauszukommen, ohne ernsthaft in den Knast zu kommen. Wie ich Puff kenne, wird er kooperieren, um sich aus der Situation zu befreien. Das hängt davon ab, was die Regierung will. Wenn es überhaupt dazu noch kommt. Wenn es dazu kommt. Wie gesagt, er ist, glaube ich, in dem gleichen Knast wie Epstein, so wie ich das verstanden habe. Ganz, ganz schwierig, Mann. Du weißt, was ich damit meine, dass Little Woody so ein Genie ist und die Leute nicht verstehen, dass er sie denken lässt, er sei nicht so schlau, wie er ist. Also müsste Puff so etwas tun, wenn er in den Zeugenstand geht, ob er die Leute ausliefert, ob er kooperiert, wenn die Bundesregierung will, dass er kooperiert und ob sie seine Zeit verkürzen. Denn im Moment sieht er 15 Jahre bis lebenslänglich entgegen mit all den Anklagen, die er hat. Und er wird nicht vor 70 Jahren rauskommen. Er ist ungefähr 70. Und dann fangen sie an, darüber zu reden, ihn in eine Resozialisierungseinrichtung kommen zu lassen, wenn er das absolute Minimum bekommt. Also wird er entweder sagen, yo, wir wollen wissen, ob du etwas darüber weißt oder ob du etwas damit zu tun hattest. Egal wie man es dreht und wendet, wenn er verurteilt wird und das sieht sehr, sehr stark danach aus, dass egal für was, so viele Anklagen, dass irgendwas, irgendwas wird auf jeden Fall reingebracht in den Knast. Irgendwas kriegen die ihn ran und dann ist vorbei. Und ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, dass Haustiere nicht unsterblich sind, wie auch Superstars nicht unsterblich sind und die geben den Löffel ab, wie ein ganz normaler Mensch. Denn jeder von uns ist ein normaler Mensch. Und das vergessen die halt, dass die halt normale Menschen sind. Aber naja, das werden die früher oder später merken. Aber ich glaube, der wird, wenn er da landet, wirklich im Knast landet für keine Ahnung wie viele Jahre, ich glaube, der wird selbst sich ein Ende bereiten. Irgendwie sowas. Ich glaube, ehrlich gesagt, Tachel ist gelb. Ich glaube nicht, dass er dazu noch kommen wird, dass er andere Leute noch verpfeift oder so. Ich glaube, dazu kommt es nicht. Naja. Sogar ein größerer Fischbrät. Gerade jetzt Bürgermeister Adams von New York wurde gerade angeklagt. Er hat Didi den Schlüssel zur Stadt gegeben. Die Bundesregierung könnte sagen, jo, was weißt du über Bürgermeister Bürgermeister Adams? Hast du ihm etwas Geld gegeben? Hast du dies getan? Wie hast du den Schlüssel zur Stadt bekommen, wenn du all die Dinge weißt, die du getan hast, bevor du den Schlüssel bekommen hast? Also wenn sie jetzt wirklich Mar Adams wollen, weil sie einige Dinge über ihn haben, die sie gerade heute angeklagt haben und hat er ein paar Informationen für ihn, wird er es erzählen? Also, ich meine, nur von dem bisschen, das ich weiß und gesehen habe, besonders bei italienischen Mafiosi, wenn sie eine Nachbesprechung machen, fragen sie ihn über jeden Mord, jedes Verbrechen. Und wenn man etwas auslässt, kann man für dieses Verbrechen belangt werden. Also könnte es sein, dass wir am Ende so viel über Didi herausfinden, ich meine, besonders, wenn er in den Tuckfall verwickelt war. Wenn sie etwas wissen wollen und sie wollen jemanden, den sie fragen, dann musst du es ihnen geben, wenn sie es wollen. Und zwar genau dann und dort. Also es wird immer krasser sowieso, dass er auch hinter Tupac steht. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn das auch mit Tupac stimmen sollte, dass er das gemacht hat, gell, wird er denn nicht alleine gewesen sein. Da werden viele andere Prominente. Und wie gesagt, ich habe die ganze Zeit irgendwie Jay-Z im Kopf. Die ganze Zeit, mir stinkt das Ganze, dass er da auch Tupacs Familie hilft und so Dinge. Die ganze Zeit an Didi's Seite war und jetzt so ganz komisch eigenartig reagiert. So, alle sind gegen den, er hat gar keine Freunde mehr, keiner spricht für ihn, wenn überhaupt, dann sprechen Leute gegen ihn oder enthalten sich komplett, verlassen das Land, lauter so Sachen. Das ist alles sehr suspekt. Und wenn wir Glück haben, werden diese ganzen Leute, die wirklich damit was zu tun haben, weggesperrt. Ich glaube daran ehrlich gesagt nicht, weil diese Menschen zu mächtig sind, aber man kann es hoffen. Du kannst nicht sagen, hören Sie, geben Sie mir ein oder zwei Tage Zeit, um darüber nachzudenken. Denn dann nehmen sie es vom Tisch und du redest davon, den Rest deines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Und wenn er irgendwelche Informationen über irgendetwas hat und sie wollen wissen, dass du über eine Sache schreibst, selbst wenn es ein Tupac-Fall ist, selbst wenn es ein Tupac-Fall wäre, müssten sie ihm wahrscheinlich Immunität gewähren. Wenn sie ihm Immunität gewähren, um über diese Verbrechen oder diese Dinge zu sprechen, warum sollte er es ihm nicht sagen? Wäre das nicht verrückt, wenn er derjenige ist, der am Ende gegen Kai D. aussagt? Denn im Moment denkt jeder, dass Käfi D. Diddy verpfeift. Ich denke, ähm, Käfi D., ich glaube nicht, dass er Diddy verpfeift. Er hält sich nur an einen Plan oder an etwas, das jemand für ihn ausgearbeitet hat. Und er steckt zu tief drin. Denn wir wissen jetzt, dass er nie eine richtige Vereinbarung hatte. Wir wissen jetzt, dass einiges von dem, was Kay D. gesagt hat und was er in seinem Buch gesagt hat, nur ein Skript wiederholt hat, das ihm von Greg Caden und anderen Leuten gegeben wurde. Das wissen wir jetzt. Und das Las Vegas Police Department, wenn sie vor Gericht gehen, werden sie das ganze Zeug rausbringen. Also, glaube ich nicht, dass er Diddy verpfeift. Ich glaube nicht, dass er Diddy verpfeift, weil er dafür konkrete Beweise haben müsste. Und ich glaube nicht, dass er konkrete Beweise hat. Denn wenn sie etwas Konkretes hätten, hätten sie es zu Ende gebracht. Richtig. Ich glaube nicht, dass sie etwas Konkretes haben. Sie haben kein Recht auf diesen Teil. Okay, eines der Dinge, die du erwähnt hast, war Big Joe. Ich habe Big Joe erwähnt. Ja, ich weiß nicht viel über Big Joes Situation. Ich habe Big Joe nie erwähnt. Ich habe das Mädchen und den Bodyguard erwähnt. Ich habe das Mädchen und den Bodyguard erwähnt, von dem sie sagten, dass er Joseph Stewart war. Jetzt ist er als Big Joe bekannt. Sogar ich glaube, wer das war. Ja, das war Black Rob, der in seinem eigenen Video sagte, Du weißt, was ich sage. Lass mich nicht den G.I. Joe und den Song holen, wo du verstehst. Also die junge Dame, sie hat mich kontaktiert. Er muss neun Monate und ein Jahr alt sein. Neun Monate bis fast ein Jahr. Und das ist die junge Dame, die gesagt hat, dass Diddy und Joseph Stewart, wie mir gesagt wurde, ich glaube, die Leute kennen ihn als Big Joe. Sie hat mich kontaktiert. Sie sagte, yo, John, gab mir ihre Referenzen und sagte mir, mit wem sie befreundet war. Sie erwähnte, dass sie einem Rap-Mogo nahe stand. Sie waren Freunde. Ich werde seinen Namen nicht nennen. Sie sagte, dass, ähm, es gibt ein Band da draußen, das zeigt, Sean Puffy kommt aka Bruderliebe, Diddy, äh, Puffy und ein Sicherheitspersonal namens Joe Big Joe. Es gibt ein Band da draußen, als sie mich sexuell angegriffen haben. Ich weiß, es bist nicht du, John. Aber ich muss wissen, ob du mir helfen kannst. Ich will nichts tun. Joe, das hat sie mir gesagt. Ich will es nur mitnehmen, damit ich es meinem Anwalt geben kann, weil ich hinter Puff her bin. Das hat sie mir gesagt. Ich hab ihr gesagt, ich werde sehen, was ich tun kann. Also hab ich Joe auf der Straße gesehen. Ich hab ihn nicht angerufen oder sowas. Ich hab Joe gesehen. Und Joe sagte, er wüsste nichts davon. Er sagte, er wüsste nichts davon. Und das war's. Ich ging zurück zu der jungen Dame. Ich sagte ihr, ich hab, äh, hab mit Joe gesprochen. Er sagte, er wüsste nichts davon. Ich gab ihm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich ihm seine Nummer gegeben habe oder was auch immer. Aber sie sagte, okay, John. Sie hat sich bei mir bedankt. Und neun bis zehn Monate, neun Monate bis ein Jahr später, sehe ich, wie diese Sache rauskommt, dass sie Joe und Puff der sexuellen Nötigung beschuldigt. Hammerhart. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute der noch da wirklich missbraucht hat oder versucht hat, sowas zu brauchen. Das ist irgendwie eine Never-Ending-Story. Wir reden hier von 20 oder 30 Jahren, gell. Das darf man hierbei nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, wie lange es wirklich geht. Das ist nur so eine komische Zahl, ne? 20, 30 Jahre. So, ich glaub, wie gesagt, das geht schon noch länger sogar. Das ist ganz, ganz geistesgestört. Und ich denke auch, dass es weitergereicht wurde, diese ganze Party und diese ganze, ähm, darauf kommt man nicht einfach so. Versteht ihr, was ich meine, auf so kaputte Sachen? Da kommt man nicht einfach so. Da wird man ein bisschen da, ähm, eingeleitet oder, versteht ihr, was ich meine? Ich denke, da ist der, 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 wie heißt der nochmal? Der Manager von, von Puff Daddy oder der Puff Daddy, der irgendwie entdeckt hat. Ihr wisst schon, wen ich meine. Diesen alten, alten Knacker da. Dieser Typ, dieser Ekelhafte. Ich denke, dass der angefangen hat mit diesem Scheiß und dass der das dann weitergeführt hat. Weil diese, diesen, dieses Konstrukt, was sie da aufgebaut haben mit den verschiedenen Ebenen und wie die die Leute da rumbekommen, ich glaube, das ist eine, eine sehr große Nummer, die, die schon sehr lange existiert, auch in der, äh, Hollywood-Szene generell. Jeder kannte das. Jeder kannte diese Partys und ich glaube, das ist nur, wie gesagt, jetzt die Daily-Partys. Ich glaube, vorher waren das, war einfach ein anderer Typ, der, der Gastgeber. Er hat es vor den Künstlern gemacht. Er hat es vor bestimmten Leuten gemacht. Siehst du, Puff ist so, wenn du weißt, dass er weiß, dass du Verbrechen begehst, wird er ein Verbrechen mit dir oder in deiner Nähe begehen. Aber wenn er weiß, dass du nicht zu ihm gehst, weil es Leute gibt, die bei der NYPD waren. Es gab Leute, die Vollzugsbeamte waren, die in der Sicherheit für Bad Boy arbeiteten. Und Puff würde es nicht wagen, etwas in ihrer Nähe zu tun, so wie ich auch. Er kannte die Leute, in deren Nähe er tun konnte und er hielt sich in der Nähe dieser Leute zurück. Aber bei Leuten, die für ihn arbeiteten, die Lakaien waren und so, gab er nicht, aber bestimmte Sicherheitsleute erlaubten ihm nicht, bestimmte Dinge zu tun, auch wenn sie für Greengate Security arbeiteten. Das war ein Sitarist, ein böser Junge. Ich denke, diese Leute hätten nicht ihre Pension für Puff verloren, sie hätten ihn in einer Minute überprüft. Und was die Leute nicht erkennen, Cam Puff ist nicht mehr derselbe Kerl wie damals, der er heute ist. Er tat einige dergleichen, aber er schlich und tat es. Er stand damals nicht an der Front und er war nicht auf Drogen, wie er es heute ist. Ich denke, dadurch, dass er ständig Drogen genommen hat und keine Hilfe bekommen hat und dann mit davongekommen ist, ist er mit davongekommen, wofür er schon lange hätte eingesperrt werden. Er nimmt eine Kuhglocke, er geht zur UCLA, nimmt eine Kuhglocke und schlägt einen Trainer zusammen und verletzt die Kuhglocke. Sie haben ihn nie geschnappt und ins Gefängnis gesteckt oder ihn wegen nichts angeklagt. Warum? Ich meine, ich würde vermuten, weil er sich irgendwie mit Geld rausgekauft hat. Der macht, was er will, solange alles mit Geld jeder geschmiert werden kann. Und einige Leute, wie gesagt, da kannst du einiges drehen und wenden. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Wenn man einen Fehler gemacht hat, ich kenne es auch aus den Juristischen beispielsweise, es gab sehr viele Sachen, die mit Geld zu klären waren, ohne Probleme. Da hat man einfach ein bisschen mehr hingelegt und der Typ hat sich dann richtig ins Zeug gelegt, also der ein oder andere Anwalt. Und die Leute nannten sich auch Star-Anwälte, weil die Leute halt Connections haben, wo du einfach dich rauskaufen kannst, mehr oder weniger. Und das ist die Realität in Deutschland. Das wird noch viel schlimmer in den Staaten sein. Da könnt ihr auf jeden Fall Gift drauf nehmen. Mit Geld ist das alles machbar. Das ist zu einem gewissen Grad. Weil er sich irgendwie mit Geld und Macht rausgekauft hat, sodass er jetzt denkt, er könnte fast alles tun. Er geht raus und bedroht Leute auf der Straße, gekleidet wie der Joker und all das. Er kommt mit einer Menge davon. So, dass das und die Tatsache, dass er auf Drogen ist, eine Person dazu bringen könnte, zu denken, dass sie mehr ist als das, was sie ist, bis sie hinter diesen Gittern eingesperrt wird. Nun, du hattest auch die ganze Schein-Situation, die Schein erst vor kurzem herauskam und sich gegen Diddy aussprach und sagte, dass Diddy im Grunde sein Leben ruiniert hat und dass Diddy ihn ins Gefängnis geschickt hat und dass Diddy Leute angerufen hat, um gegen ihn auszusagen, obwohl er eigentlich nur Diddy verteidigt hat und er das Gefühl hatte, dass er ihn einfach begraben hat. Was bis zu einem gewissen Grad wahr ist. Sean musste die Verantwortung für das übernehmen, was er als Individuum getan hat. Sean ist derjenige, der die Waffe gezogen hat. Sean ist derjenige, der geschossen hat. Also muss er die Verantwortung dafür übernehmen. 100% sogar. Du kannst nicht einfach auf Leute Kugeln werfen, ich sag's mal YouTube-konform, und dann dafür andere Leute verantwortlich machen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Also, dass jeder da geschwiegen hat, ist schon sehr krass, wie viele Leute der bestochen hat. Und ihr seht ja sogar, der Bodyguard hat einfach die Klappe gehalten, was soll er denn auch großartig sagen. Und der wäre der Nächste, der weg gewesen wäre. 100% hat von nichts Halt gemacht. Und glaub mir, es haben sehr, 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 sehr viele Leute weggeschaut. Auch Leute, die pure Tiere waren. 100% gegen das nötige Kleingeld haben die ihre Schnauze gehalten. Weil die sich dachten, warum soll ich mir Probleme machen? Gib mir das Geld, ich bin sowieso da. Ich muss sowieso diesen scheiß Job machen. Gib mir das Geld, dann geht's mir ein bisschen besser. Und mach deinen scheiß Freak Mist weiter. Gebt genug verrückte Sachen auf dieser Erde, dachten die sich, mach deinen Mist weiter. So kann ich mir das nur vorstellen. Vergesst aber nicht auf jeden Fall zu liken, Leute. Und bitte sagt mir doch, ob ihr diese Stimme gut findet, diese Erzählerstimme, oder ob sie euch nicht gefällt. Aber ich denke, sie sagt euch auf jeden Fall zu. Ist auch kein 0815-Müll, wie gesagt. Er hat die Waffe zurück in seinen Hosenbund gesteckt und wurde erwischt, als er mit ihr aus dem Club kam. Das war nicht das Problem von Sean, aber weil er Vorfälle hatte und Probleme mit der Junior Mafia zu der Zeit, musste er eine Waffe bei sich tragen. Und wenn Anthony Wolf Jones, der eine Menge Mist mit Sean und der Junior Mafia gemacht hat, seine Waffe gezogen hätte, hätte Sean auch seine Waffe gezogen. Nicht wegen Diddy, sondern weil Anthony Wolf Jones diesen Schritt gemacht hat. Aber er war der Sicherheitsdienst, der diesen Schritt machen sollte. Und weil Sean und er sich sehr nahe standen, machte Sean diesen Schritt auch. Ja, ja, das war okay. Aber Wolf hatte keinen Anteil daran, dass Puff diese Zeugen besorgte und sie dem Staatsanwalt übergab. Das waren Puff-Anwalt und Puff und bestimmte Leute aus der Sicherheitsabteilung und dem Straßenteam, die das taten. Sie wussten, dass sie gegen Sean aussagen würden. Sie bekamen die Informationen, gaben sie Puff-Anwalt und Puff-Anwalt und sie gaben ihnen... Der bekannte Puff-Anwalt, ihr kennt ja den Puff-Anwalt, oder? Sagt euch der Puff-Anwalt was? Wenn nicht, dann kennt ihr jetzt den Puff-Anwalt. ...die Informationen, um mit dem Staatsanwalt in Kontakt zu treten. Und sie wussten genau, was der Staatsanwalt dem... Sie wussten genau, was der Staatsanwalt dem Staatsanwalt sagen würde, weil sie zuerst mit dem Zeugen gesprochen hatten. Wollen sie damit sagen, dass der Zeuge sowieso in den Zeugenstand kommen würde, dass es keine Rolle spielte, ob Diddys Team ihn angerufen hatte oder nicht. Sie taten es nicht. Sie taten es nicht. Und die Sicherheitsleute kannten einige der Leute, die auf der Party waren. Sie nahmen Kontakt mit ihnen auf. Sie brachten ihn entweder zurück ins Bad-Boy-Büro oder in Daddys Haus, wo wir die Aufnahmen machten, und sie erzählten Puff, was sie gesehen hatten. Puff rief ihn an und gab ihm Informationen, damit er sich mit seinem Anwalt in Verbindung setzen konnte. Sie kontaktierten den Anwalt, dann kontaktierten sie den Anwalt, sie ließen die Leute mit ihnen Kontakt aufnehmen und schickten es an die Staatsanwaltschaft. Und diese Leute waren im Grunde handverlesen, basierend auf den Informationen, um gegen Sean auszusagen. Eine der letzten Geschichten, die über Diddy herauskamen, ist, dass sie ihn auf Take-His-Own-Life-Walk gesetzt haben, weil sie Angst haben, dass er sich etwas antut. Und sie erinnern sich an die Eppstein-Sache, bei der alle durchgedreht sind. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht wiederholen wollen. Vor allem nicht am selben Ort, am selben Ort, an dem FST war. Das ist kein gutes Zeichen, denn in neun von zehn Fällen stecken sie dich in die Gummizelle und du wirst in der Gummizelle gefickt. Du bist in solchen Kleidungsstücken, die man nicht mal zerreißen. Oh je, oh je. So lustig, gell. Also ich finde es manchmal krass, wie das übersetzt wird, gell. Also für die Übersetzung nehme ich deepl.com. Da bezahle ich ja diesen Service, damit es gut übersetzt wird, weil Google-Übersetzer macht totaler Müll. Aber ich finde es lustig, wie der das hier eben übersetzt hat mit der Gummizelle. Und war unerwartet. Ich habe mir halt auch nicht alles angehört. Ich synchronisiere das natürlich manuell, das Ganze hier. Ist nicht 100 Prozent, ist mir aber auch egal. Es passt auf jeden Fall. Und mir ist eine korrekte Übersetzung lieber, die auch strukturierter ist und mit so einer geilen Stimme als Müll. Aber wie gesagt, ich stelle mich immer stetig verbessern und überlege immer, wie ich alles verbessern kann, das Video noch besser machen kann für euch. Also ich hoffe, es ist auf jeden Fall annehmbar. Weißt du, ich meine, sie sind leicht zu zerreißen. Sie sind einfach so, dass man kein Seil oder so machen kann, um sich damit zu strangulieren. Verstehst du, was ich meine? Also bist du an einem Ort, an dem Daniel dich in Schubladen steckt. Ich schätze, er wird sich zu Hause fühlen, weil er es gewohnt ist, in seinen Schubladen herumzulaufen. Aber das ist keine gute Uhr, um auf der Hut zu sein. Mann! Und dann hast du keine. Und dann hat man keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem, außer beim Mittagessen, wenn sie einem das Tablett unter dem Klebeband durch die Tür schieben. Man kann halt nicht alles perfekt übersetzen, Leute. Das ist ganz normal. Englisch ist immer noch Englisch, Deutsch ist Deutsch. Es gibt nicht alles, für alles eine perfekte Übersetzung. Aber möglichst gut, ne? So, dass man trotzdem noch den Kontext versteht. Das ist wichtig hierbei, finde ich. Ja, ich bin mir sicher, das trifft ihn wie eine Tonne Ziegelsteine. Vor allem, weil er seit ein paar Wochen oder fast einer Woche keine Drogen mehr nimmt. Ich bin mir sicher, das trifft ihn hart. Sie sagen auch, dass er nichts isst, weil er Angst hat, dass jemand sein Essen vergiftet. Daran habe ich gar nicht aber gedacht, gell. Er hat natürlich einen miesen Entzug aktuell, gell. Den geht es ja gar nicht gut. Der wird ja komplett neben der Spur sein. Boah, bloß nicht essen, trinken, lauter so Dinge. Boah, krass. In neun von zehn Fällen stecken sie ihn in die INF, wo er Bettruhe hat und eine Infusion oder so etwas bekommt. Ich weiß, dass sie das auf staatlicher Ebene machen, aber ich weiß nicht, wie die Bundesbehörden in dieser Hinsicht arbeiten. Glaubst du, dass jemand versuchen würde, ihn zu vergiften, wenn er im Gefängnis ist? Nein, das glaube ich nicht. Das ist nur eine Taktik der Anwälte, um ihn an einen besseren Ort zu bringen. Und ich weiß nicht, ob es irgendwo im Staat New York mit dem FED-System so ist. Das ist nicht bei dieser Epstein-Geschichte genauso, dass seine Zelle auf einmal offen war und auf einmal war er weg vom Fenster. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vergiftet wird, lauter so Dinge. Ich kann mir alles vorstellen, aber die werden wahrscheinlich, hey, es muss nicht mal was Spektakuläres sein. Es kann was ganz Stumpfes sein und die sagen dann einfach, das ist so gewesen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und es kann für die Öffentlichkeit auch ganz offensichtlich sein, was da genau geschehen ist. Es werden trotzdem die Meinungen sich wieder spalten. Die einen sagen dann, ja, es ist so gewesen. Die anderen sagen, nein, ihr seid Verschwörungstheoretiker. Versteht ihr, was ich meine? Im Endeffekt, wenn er den Löffel abgibt, hat er ihn abgegeben. Wie im Endeffekt, wie, was, wo? Bockte im Endeffekt nur kurze Zeit jemanden, so, da wird darüber gesprochen und danach ist dann auch Sense, dann spricht keiner mehr darüber. Und er hat trotzdem den Löffel abgegeben. Ob er jetzt vom Start, keine Ahnung, abgemurkst wurde oder nicht, das ist alles dann uninteressant im Endeffekt. Im Endeffekt, ihr seht doch, wie viele Leute sind schon auf ganz komische, eigenartige Art gestorben und es ist hinterher herausgekommen, wie das passiert ist, weil das sehr offensichtlich war. Aber im Endeffekt können wir normalen Menschen sowieso nichts machen. Wenn die ekelhaften, reichen, machtversessenden, kaputten Leute da wollen, dass jemand einen Löffel abgibt, dann wird er das tun. Egal, wie wir das sehen oder nicht sehen. Denn die meiste Zeit vergeben die Feds ihre Sachen an andere Agenturen, verstehst du? Sie haben Sachen am Flughafen, wo sie diese Leute haben, die diese großen Anhänger haben, in denen sie Gefängnisse haben oder diese, äh, sie verwandeln diese, äh, diese Flughafenhangars in Justizvollzugsanstalten, die von der Privatwirtschaft betrieben werden. Die Tatsache, dass er dafür bekannt ist, Frauen anzufassen, ist ein weiteres Problem für ihn. Also ist jeder Ort, an dem er untergebracht ist, nicht das Essen, über das er sich Sorgen machen sollte. Du denkst also, dass die Insassen dort auf jeden Fall einen ernsthaften Insassen haben, der versuchen wird, ihn zu verletzen, nur wegen der Art der Anklagen, für die er eingesperrt ist. Und dann, oder, oder, ein Insasse ist dort, der wahrscheinlich die, und dann, oder ein Insasse, der wahrscheinlich der Chef der Abteilung ist, nimmt ihn unter seine Fittiche und sagt, hör mir zu, du sorgst dafür, dass unser Kommissariat und meine Leute draußen aufpassen und ich sorge dafür, dass dir drinnen nichts passiert. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Natürlich sagen die hier, gib mal ein bisschen, drück mal ein bisschen Geld ab, so, wir sorgen schon für deine Sicherheit, kein Problem. Darüber musst du dir keine Sorgen machen. Solange du bezahlst und eventuell am Anfang eine große Summe uns gibst, für den Anfang, dann können wir reden über die ganze Geschichte. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Unterschreibt die NDA und weiß, dass wenn die Polizei anklopft, sie darüber reden muss. Oder, dass die NDA nichts taugt, wenn die Bundespolizei sich einmischt. Ich glaube nicht, dass Cassie dachte, dass jedes Mal, wenn jemand ein Verbrechen begeht oder ein Verbrechen begangen wurde, eine IND, eine Geheimhaltungsvereinbarung ist, wie ein leeres Blatt Papier, das nichts bedeutet. Verstehst du? Ich glaube nicht, dass es Cassie war. Ich glaube, dass die Leute, die sich sehr unwohl fühlten, weil sie sagten, sie seien, wenn man den Fall von Little Rod liest, den er gegen Diddy angestrengt hat, dann haben sie das so aufgeschrieben, als ob es eine Anklageschrift wäre. Sie haben Zeiten, Orte, Leute und Filmmaterial angegeben, wo das Verbrechen begangen wurde. Hier ist das Filmmaterial. Versteht ihr, was ich meine? Seine Aussage, seine Klage war viel detaillierter in Bezug auf kriminelle Aktivitäten, als Cassie es war. Und sie haben dabei sie bei ID mal bei einem Zivilgericht eingereicht und an die FEDs geschickt. Und als die FEDs das bekamen, konnten sie es lesen. Sie konnten es sehen. Als das FBI die Klageschrift bekam, musste es sie lesen, um zu sehen, was vor sich ging. Und wenn dort ein Verbrechen begangen wurde und es etwas Föderales war, mussten sie darauf reagieren. Ja, aber ich meine Cassies Klage. Aber sie behauptet Vergewaltigung und das Sprengen von Autos. Und das ist nicht und war immer noch nicht föderal. Nur, das war föderal, als sie sagte, dass sie die Staatsgrenzen überschritt. Als sie sagte, dass... Dieser Ex-Freund von Cassie, der als erstes mit Cassie zusammen war, wo dann PDD irgendwie dann sie sich klar gemacht hat, was weiß ich was. Da hat er ja angeblich das Auto von dem in die Luft gesprengt, so wie ich verstanden habe. Also lauter verrückte Dinge, die wir von GTA kennen, die wir von Hollywood kennen, die wir von keine Ahnung wo kennen. Hat er einfach gemacht. Eiskalt. Und jeder hat weggeschaut. Sie die Staatsgrenzen überschritt. Dass er eine Prostituierte anheuerte. Dass er eine Prostituierte anheuerte, damit sie über die Staatsgrenzen kam und gezwungen wurde, Sex mit ihr zu haben. Das ist der Grund, warum er in Schwierigkeiten steckt. Aber L. Robb hat einige der Dinge gesagt, die er auch gesagt hat. Dass er an verschiedene Orte geht, um Prostituierte aufzugabeln und sie dazu zu zwingen, an andere Orte zu kommen und Sex zu haben. Das war es auch. Denn lass mich dir etwas sagen, Mann. Das Feld schert sich einen Dreck darum, dass Cassie in diesem Gang den Arsch versohlt bekam. Lass uns einen Dollar behalten. Wir haben mehrmals gesehen, wie professionelle Athleten ihre Mädchen vor der Kamera geschlagen und verprügelt haben. Jay-Z wurde von seiner Schwägerin vor der Kamera den Arsch versohlt. Wie hieß sie noch? Die Fans interessieren sich nicht dafür, dass du deinen Arsch verprügelt bekommst. Es sind diese anderen Dinge, die unter die Richtlinien fallen, um die sie sich kümmern. Ja, ich meine, das Band ist rausgekommen, Mann. Und so, wie ich es gesehen habe, als das Band rauskam, sah es so aus, als ob alles, was Cassie ihm jetzt vorwirft, glaubwürdig ist, bevor wir gesehen haben, dass es eine junge Dame namens Gina war, die Puff beschuldigte, sie geschlagen, getreten und total angegriffen zu haben, während sie schwanger war. Die Bundesregierung ist genauso schuldig wie Diddy. Wie, glaubst du, dass die Medien und die Leute im Allgemeinen oder sogar Leute in hohen Positionen Angst vor Diddy haben und dass sie Angst davor haben, wie mächtig er ist und was er ihnen antun könnte? Ich glaube nicht, dass sie Angst vor ihm haben. Sie wollen nicht, dass er ihren Ruf beschmutzt und Dinge, für die sie bekannt sind, verstehst du? Wie kann dieser Mensch noch frei rumlaufen, also der so viele ekelhaften Sachen begangen hat, das hört ja gar nicht mehr auf, man hört immer wieder neue Sachen. Wie kann dieser Mensch überhaupt noch frei rumlaufen, ganz im Ernst, da hätte irgendjemand, irgend so ein verrückter Freak, den einfach wirklich beseitigen sollen, so ein ekelhafter Mensch, das gibt's ja gar nicht. Was der Typ alles geleistet hat, dass da alle weggeguckt haben, Junge, Junge. Ich glaube, sie wollen nicht, dass, wenn sie in einem dieser Freak-Off-Tapes waren, wenn sie eine Rolle in einer dieser Diddy-Sessions gespielt haben, sie nicht wollen, dass es an die Öffentlichkeit gelangt, um ihre Marke zu beschädigen, deshalb sagen viele dieser Rapper, deshalb sagen viele dieser Athleten nichts und sind still wie eine Kirchenmaus. Weil sie ihre Marke nicht beschmutzen wollen und sie nicht wissen, was er sagen wird. Von seinem größten Fan, Stevie J. Er war ruhig, eine Menge Leute sind ruhig, das ist eine Tatsache. Nun, du weißt, eines der Dinge, die direkt nach Diddys Verhaftung passiert sind, ist eine lange Liste von CEOs, die zurückgetreten sind. Was denkst du darüber, dass die Hälfte von New York City zurückgetreten ist? Wusstest du das, Cam? Ich wusste das nicht, na, nein, ja, im Büro des Bürgermeisters. Bruder, er dreht durch, na, nein, bäh. Das verdammt nochmal sind alle zurückgetreten, von den Feuerwehrchefs, zu den Polizeichefs, zu den Kommissaren, zu diesem Kommissar, zum Bildungsausschuss und zu allem, was ich mag. Verdammt, alle waren auf Diddy. Ich weiß es nicht einmal, aber was ich damit sagen will, ist, dass all diese Leute zurücktreten, weil sie ihre Pension nicht verlieren wollen, weil sie nicht in diesen ganzen Schlamassel mit Diddy hineingezogen werden wollen. Und weil sie sich darauf vorbereiten, dass sie sich darauf vorbereiten, wenn irgendwas rauskommt, dass sie schon raus sein könnten und dass es keine große Sache sein wird, weil sie schon woanders sind. Weil sie schon einen ganz anderen Lebensstil haben. Also, wenn ihr Name auftauchen würde, wäre das keine große Neuigkeit, weil sie nicht mehr in diesen Positionen sind. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die meisten Leute da wirklich, was wirklich zu verbergen haben, auch das Land verlassen haben. Solange die nicht irgendwie irgendwo auftauchen, schnell das Land verlassen, schnell abziehen. Solange die noch nicht im Visier sind. Wisst ihr, was ich meine? Sie sind nicht mehr in diesen Positionen. So kam es mir vor, dass sie diese Positionen verlassen haben, so dass es kein großes Medienrennen geben wird. Wenn ihr Name in irgendeinem dieser Dinge auftaucht, werden sie sagen, Seth La, der ehemalige CEO von You know what I'm saying, it'll go away. Aber, wenn er immer noch dort arbeiten würde, dann wäre es eine große Nachricht und eine große Sache. Es wäre eine Menge Druck, ihn zu feuern. Also, wäre es eine große Sache. Ja, genau, Bruder. Ja, es wäre eine große Sache. Nun, weißt du eines der Dinge, Mann, du weißt, dass ein paar Leute sich geoutet haben. Das ist niemand, der sagt, dass er sich fühlt, als wäre er im Gefängnis, weil er das getan hat, was jeder Entertainer getan hat. Bruder, ist das eine Verteidigung, dass du zugibst, dass andere Leute Verbrechen begehen? Ist das eine gute Verteidigung? Deshalb sage ich, dass das keine Verteidigung ist. Er hat bereits zugegeben, dass wir wissen, was er tut, weil wir es alle tun. Also, alle Entertainer heuern Prostituierte an und bringen sie über die Staatsgrenzen, um mit ihren Mädchen zwangsweise Sex zu haben. Alle Entertainer tun das ich glaube nicht, dass sie verstehen, was die Bundesregierung ihnen vorwirft, nämlich Sexhandel, indem sie jemanden bezahlen, der sie über die Staatsgrenzen bringt, um für Geld Sex zu haben. Ich glaube, sie sehen das nur auf eine vage Art und Weise. Zumindest glaube ich das, weil Sexhandel technisch gesehen sein kann, wenn ich zum Beispiel in Kalifornien bin und eine Prostituierte in Utah treffe und sie für das Wochenende ausfliege, könnte das technisch gesehen Sexhandel sein. Ja, ja, keine Gewalt oder so. Das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz. 15 Jahre lang gibt es eine Menge Gesetze, die in den Büchern stehen, die nicht in den Büchern stehen sollten. Aber solange sie in den Büchern stehen, befolgt man sie und wenn man denkt, dass man über dem Gesetz steht, werden sie einen zu Fall bringen und zeigen, dass man es nicht ist. Sie werden einem zeigen, dass niemand über dem Gesetz steht, besonders wenn man ein farbiger Mann ist. Es ist verrückt, dass die Bundespolizei in etwas hineingezogen wird, weil es wie ein ziemlich geringfügiges Verbrechen aussieht. Aber es ist eine Menge anderer Dinge, die passieren, aber es gibt noch eine Menge anderer Sachen, die damit zu tun haben. Sie schauen sich das an. Sie schauen sich die Sachen an. Sie schauen sich das hier an. Bruder, zuallererst alle Firmen, die du hast, verstehst du? Und ich weiß, dass einige Leute einen Trust haben und Firmen auf den Namen ihrer Kinder haben. Dieser Mann hat nie irgendetwas auf seinen Namen gesetzt. Warum ist es entweder seine Mutter, sein Sohn, du weißt, was ich sage, der Name seiner Kinder und alles. Er hatte 18 Firmen, die ihm irgendeine Art von Einkommen verschafft haben. Krass, 18 Firmen. Wahnsinn, Wahnsinn. Der Typ hatte ja überall seine Finger drin. Warum ist nichts wirklich auf seinen Namen? Ich vermute, dass er auch eine Babyölfirma hatte, die Babyöl hergestellt haben, so viel wie der konsumiert hat. Oder da generell. Wahnsinn, verrückt. Gibt es irgendeine Art von Scho-ji-shi- ... Was, Bruder? Teuer Hinterziehung. Sie schauen sich das an. Du verstehst, du hast Leute in der Industrie, die ... Hätte auf jeden Fall einen Miesenhänger gehabt. ... die seit Jahren sagen, dieser Mann hat Sex mit Minderjährigen. Also schaut die Bundesregierung sich das an wie, yo, wann wird sich jemand melden? Wir haben diese Informationen, diese angeblichen Informationen. Aber niemand ist bereit, sich zu melden. Dann gehen sie weiter und sagen, yo, Shakur Stewart, auf mysteriöse Weise tot, soll eine selbst zugefügte Wunde sein. Person, die alles in ihrem Leben hatte, Kim Porter, der jemand Auto, wird in die Luft gesprengt. Dieser Typ läuft herum und bedroht andere Schauspieler. Jemand muss sich einmischen, wenn es nicht der Staat ist, dann soll es das FBI sein. Jemand muss ihn aufhalten. Er hat Glück, dass Gott ihm die Möglichkeit gibt, aufgehalten zu werden, während er noch lebt. Dann muss er zur Hölle fahren und sich dem stellen. Er hat eine Chance, Buße zu tun und sein Leben zu ändern. Du hast die Bergarbeiter erwähnt, weißt du? Und eine Menge Leute haben versucht, Justin Bieber in diese Situation hineinzuziehen, weil es eine Menge von, weil es eine Menge verdächtig aussehender Videos mit Diddy und Bieber gibt und sie eine Menge Anschuldigungen erheben. Genauso wie sie Anschuldigungen über Ascher erhoben haben, als Ascher jünger war. Ich meine, denkst du, dass diese Anschuldigungen irgendwie glaubwürdig sind? Wenn es Rauch gibt, dann gibt es auch Feuer. Warum sollte Diddy diesem Jungen auf die Brust klopfen, um zu sehen, ob er verkabelt ist und ihn fragen oder du verdrahtest? Warum sollte er diesen Jungen konfrontieren? Warum sollte Justin Bieber einen Song darüber machen, was es ist, dass ich auf der Diddy-Party zugedröhnt wurde oder so? Ja, ja, ja. So etwas. Ich habe mich auf der Diddy-Party zugedröhnt oder so etwas. Warum sollte er den Jungen damit konfrontieren? Warum sollte Justin Bieber einen Song darüber machen, was es damit auf sich hat, dass er sich auf der Diddy-Party zugedröhnt hat oder so etwas? Warum sollte er den Jungen damit konfrontieren? Warum sollte er den Jungen damit konfrontieren? Da ist mir wohl ein Fehler passiert. Und zwar hat wohl die Übersetzung einen gewissen Teil nicht übersetzt. Und ich habe es nicht überprüft und der KI gegeben. Deswegen ist es nicht übersetzt. Egal. Scheiß drauf. Sie ist da. Nicht, wenn er verrät, wenn er sich auf ein Geständnis einlässt und sie ihm die Kooperation gewähren und er sich auf ein Geständnis einlässt, wird es vielleicht nicht zu einem Prozess kommen. Okay, du hast recht. Aber eines der größten Dinge, die ich denke, wenn Diddy es tatsächlich zu einem Prozess schafft, wird Cassie in den Zeugenstand gehen. Ich glaube nicht, dass du das glaubst. Aber sie ist da. Sie wird ihre Hauptzeugin sein. Aber ich glaube nicht, dass das der große Moment sein wird. Der große Moment ist, wenn Lil Rob in den Zeugenstand kommt und erklären muss, wie er in einem Bett mit drei oder vier Männern aufgewacht ist, die mit Diddy geschlafen haben, ohne zu wissen, dass er unter Drogen stand. Was? Wow, 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 wow. Und irgendeine Art von Alkohol getrunken hat, der die Männer dazu gebracht hat, Sex mit ihm zu haben. Das wird verrückt sein. Du glaubst nicht, dass das verrückt wäre. Ich glaube, Cassie wäre viel, viel, viel. Sie war seine Freundin. Für was, 18 Jahre oder so. Sie wird in den Zeugenstand gehen und sie wird ihre ganze Beziehung dokumentieren. Mann. Jeden Sexualakt. Einer. Und einige waren einvernehmlich. Einige waren einvernehmlich. So wie das, ja, das ganze schwule Zeug. Du denkst nicht, dass das etwas Schreckliches ist. Ich weiß, dass sie verschiedene Sexpartner mit Puff hatte. Weißt du, Puff und Kim haben das getan, aber die Schläge auch. Weißt du, ich meine, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich nicht das einzige Mal, dass er das getan hat. Oh, kein Zweifel. Das war, das ist definitiv nicht das einzige Mal. Wir wissen, dass es nicht das einzige Mal war. Wir wissen bereits, dass Dawn es gesehen hat. Also, wenn er es vor Dawn getan hat, hat er es vor anderen Leuten getan. Aber El Rob hat gesagt, dass sie einen Typen im Studio erschossen haben und ihn draußen betäubt haben. Sie haben jemanden im Studio erschossen und den Typen draußen betäubt. Ich weiß nicht. Mann. Das wird ein Zirkus. Was geht hier ab? Was haben sie nicht gemacht? Ich muss so fragen, was haben diese Menschen nicht gemacht? Wahnsinn. Das wird ein Zirkus. Da sind wir uns definitiv einig. Was denkst du über die Leute, die ständig versuchen, Jay-Z in diese Diddy-Situation hineinzuziehen, obwohl ich nicht wirklich einen Beweis gesehen habe? Ich würde sagen, dass es irgendwie lustig ist, dass Diddy Jay-Z gehasst hat. Er hat Jay-Z so sehr gehasst, dass er versucht hat, Jau dazu zu bringen, auf Jay-Z loszugehen. Das war Anfang 2000. Und eines Tages gingen Eschner, Kushner, Diddy und ich zu einem Spiel der Nets und wir trafen Jay-Z. Sad. Ich war nie ein Jay-Z-Fan. Ich mochte einige seiner Songs bis hin zu Whole Nine Yards. Aber als wir in das, ich glaube, das war das Pre-Nal Center in New York gingen und er und Puff sich trafen, war das für mich seltsam. Ich erinnere mich daran, was Puff versucht hat zu tun. Und dann haben die beiden über irgendetwas geredet, unter uns allen, und haben gelacht und miteinander gescherzt. Und im Laufe der Jahre habe ich gesehen, wie sie Garden Party gegeben haben. Du verstehst, was ich meine? Man konnte sehen, dass die Leute, die an der Macht sind, Diddy den Ring gegeben haben. Und Jay war der Nächste in der Reihe, um ihn zu trennen. Obwohl sie in Wirklichkeit zwei vom Selben sind, aber weil Jay-Z unauffällig ist, dieser unauffällige, hinterhältige und Diddy ist, und das Wort, was beim Basketballspiel passiert ist, als sie, als sie euch getroffen haben, Jay-Z getroffen haben, haben sie, sie, haben sie nur geredet. Sie haben untereinander über ihre kleinen, weißen Mädchen geredet. Die kleinen, dünnen, weißen Mädchen. Und ich meine, hat er immer negative Dinge über Jay gesagt, als er versucht hat, Jay-R dazuzubringen auf Jay-Z getroffen hat. Kleine, weiße Mädchen. Also, ich will gar nicht spekulieren, ich will gar nicht spekulieren. Das heißt, ich hatte es schon wieder so krank an. Leute, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Jay, loszugehen. Ja, das hat er. Sie haben es geklärt. Gab es einen Grund dafür? Ich, 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 ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was es war, Mann. Ich wundere mich aber auch nicht, dass Jay-Z, dieser unauffällige, sage ich mal, der ruhige, immer am Rande so, nicht im Rampenlicht, auch neben PDD, jedes Mal so ganz unauffällig da stand. Wie gesagt, dann halte ich es sogar für viel, viel gefährlicher und viel schlimmer als PDD. Ich weiß nicht, warum er wollte, dass Yao auf Jay losgeht. Ich schätze, wenn er sie weiter streitet oder sie in irgendeinem hält, könnte er sich zwischen die beiden stellen. Weißt du, was ich meine? Ja, es war definitiv eine Schlange. Nun, weißt du, Meek Mill ist auch jemand, der in diese ganze Didi-Situation hineingezogen wurde. Weißt du, hauptsächlich wegen der Klage von Little Rod, wo du weißt, dass Little Rod behauptet, dass Didi ihm gesagt hat, dass sie sich getroffen haben. Weißt du, Meek Mill twitterte vor kurzem, dass er ein Untersuchungsteam anheuern und ihm 100.000 bezahlen will, um jedes spezifische Detail herauszufinden, das ihn und den Didi-Fall betrifft. Das klingt seltsam, das klingt seltsam, weil du als Mann, wenn du weißt, dass du nichts getan hast und du kein Problem mit irgendetwas hast und du dir selbst sicher bist, dass du dich nicht darum kümmerst, was andere sagen, warum du jemanden anheuern musst, der sicher gehen will, oder, 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 jemandem beweisen will, dass du und Didi keine Beziehung hattet. Wer du selbst weißt, dass du keine Beziehung zu ihm hattest, dann sag ihnen, dass du mir die 100.000 gibst. Ich sage jedem, dass Meek Mills nichts mit Didi zu tun hat und stelle sicher, dass jeder weiß, dass das keinen Sinn macht, denn sie haben über Jesus Christus gesprochen, was kümmert es ihn, was sie über ihn sagen. Sie müssen nicht jedem zeigen, was auf den Bändern ist. Sie verstehen, was ich meine. Und diese Staaten könnten für eine sehr lange Zeit weggeschwert und versiegelt sein. Aber was auch immer sie ihm vorwerfen, sie werden dem Verteidigungsteam die Offenlegung geben. Und wenn sich herausstellt, dass jemand dort etwas tut, das illegal zu sein scheint, und er ein Teil davon ist, wird es in einer Offenlegung sein, so wie ich es verstehe, sind die Fetts sehr trickreich. Nicht wie der Staat, wo sie einem alles im Voraus mitteilen, wie viele andere Staaten. Das ist nicht so wie im Staat, wo man alles im Voraus erfährt, wie vieles von dem Zeug, das man vielleicht nicht einmal weiß bis kurz vor Prozessbeginn, sie können es nicht vorlegen, ob, wenn, wenn, wenn er tatsächlich wegen irgendetwas angeklagt wird. Da hat man seine guten Anwälte, die dem Richter sagen, euer Ehren. Das haben wir nicht verstanden. Das können sie nicht vor Gericht bringen. Das ist eine gute Art zu sagen, dass das, was ein schwarzer Mann all die Jahre mit seiner Musik verdient hat, wir ihm wegnehmen wollen, weil er es nicht mit seiner Musik verdient hat. Was eine Lüge ist. Er hat diese Dinge mit seiner Musik verdient, indem er Alkohol verkauft hat, was auch immer er getan hat. Also wollen sie jetzt ein Verbrechen daraus machen und versuchen, sein Eigentum zu beschlagnahmen und seine Dinge zu beschlagnahmen, die er verdient hat, was nichts mit dem zu tun hat, was sie ihm vorwerfen. Das hat nichts mit dem zu tun, wofür sie ihn anklagen wollen. Ja, es hat buchstäblich nichts mit dem zu tun, wofür er angeklagt wird. Das fand ich irgendwie verrückt. Aber ich meine, ich schätze, weil es eine Rico-Situation ist, können sie versuchen, eine Lösung zu finden. Aber ich weiß nicht. Es wird wahrscheinlich schwierig werden, weil er sein Geld schon lange hat, während alles, was er hat, mit Hypotheken und all seinen anderen Dingen belastet werden könnte. Also ist das Fett damit überfordert. Wenn er vor Gericht geht, wie stehen die Chancen, dass er es übersteht? Ich meine, man muss bedenken, dieser Diddy bringt 100 Millionen mit. Er bringt 100 Millionen an Anwälten mit. Er wird nicht mit seiner Freiheit spielen. Ein Zeuge, um Sexhandel zu beweisen. Man braucht einen Zeugen. Du hast selbst schon gesagt, Cam, dass Cassie die Hauptzeugin ist. Alles, was man braucht, ist ein Zeuge, um es zu beweisen. Sie hat die Zeit, die Orte und eine der Personen. Er ist gerade in Bundeshaft. Jonathan O.D.I., er ist gerade in Haft. Wer ist Jonathan O.D.I.? Jonathan O.D.I. ist einer der Sexhändler, die den Fall zur Polizei von Miami gebracht haben, als er in Trumps Büro ging und es in die Luft sprengte. Okay, ich weiß, von wem du sprichst. Der Typ hat sich vor Jahren geoutet und behauptet, dass Diddy, Cat und Rick Ross alle schwul sind. Er hat sich auch geoutet und er hatte Bilder und alles. Er hat auch gesagt, dass Diddy und Rick Ross transsexuell waren. Sie haben Kokain in Flaschen abgefüllt und im ganzen Land verteilt. Er hat auch gesagt, dass er ein Sexsklave war, weil er es mit ihnen gemacht hat. Er hatte auch 36 Dollar auf seinem Bankkonto. Und innerhalb von zwei Wochen hat jemand vier Millionen darauf eingezahlt. Er hat Immobilien gekauft. Und alles, was ich gesehen habe, hat er versucht, dich zum Schweigen zu bringen. Oder versucht, dich dazu zu bringen, dass du aufhörst, über ihn zu reden. Das hat mir Kirk Burrow erzählt. Dieser Typ ist so mit Diddy. Du hast ihn auf Drink Champs mit ihm gesehen. Du hast ihn mit ihm auf den Straßen. Junge, Junge, die sind so verdorben alle miteinander. Wow, 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 wow. ...von Miami laufen, sehen die... Was soll ich dazu sagen? Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich höre es wie ihr gerade zum ersten Mal. Die ganze Palette. Also sage ich zu ihm, warum will er mit mir reden? Er hat nicht genug. Er hat mir nichts zu sagen. Er sagte, Ike, Tejean. Er sagte, genug ist genug. Weißt du, sagst genug ist genug zu was. Und ich sagte, Kirk, Bro, say yo, if he want. Ich sagte, er will nicht mit mir reden für sich selbst. Er will mit mir reden für Diddy. Und ich habe nichts. Ich habe ihm nichts zu sagen. Er hat nicht genug zu Wolfs Mutter gesagt. Als er sie verfluchte und ihr alles Mögliche erzählte, sagte er, genug ist genug zu Bix. Mutter, was meinst du damit? Genug ist genug. Und so verlief diese Unterhaltung. Wie hast du dich danach gefühlt? Ich hatte das Gefühl, dass sie Kirk Burls erwischt haben müssen. Denn Kirk rief mich an mit dem Yo. Du musst das in Ordnung bringen. Du weißt, dass dieser Mann eine Entschuldigung hat. Hör mir zu, Bruder. Ich kümmere mich um keinen dieser Industrie-Typen und was sie tun und wie sie es tun. Das ist ihre Sache, verstehst du. Ich schreibe einem Mann nicht vor, wie er seine Frau vögelt und wie er sein Geld ausgibt. Du schreibst mir nicht vor, was ich mit meiner Zeit anzufangen habe. Point blank hast du das Gefühl, dass Diddy irgendwann versuchen könnte, hinter dir her zu sein oder etwas zu tun, weil das er hinter vielen Leuten her war. Weißt du, weißt du, er hat viele Sachen gemacht, wie du über Cam weißt. Lass mich dir etwas sagen, Mann. Wenn ich mir Sorgen darüber machen würde, was jemand für mich tun würde, wäre ich nicht der Mann, der ich bin. Ich halte meinen Kopf oben. Ich tue, was ich tun muss, um mich und meine Familie zu schützen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich eine Sache sicher weiß. Zwei Dinge sicher. Ich habe Leute hier draußen, die mich lieben. Verstehst du? Und wenn mir etwas passiert, weiß ich, dass die Leute sicherstellen werden, dass du mich triffst, wo auch immer wir nach diesem Leben hingehen müssen. Weißt du, ich wollte ein bisschen was von der alten Schule ansprechen, über die du vorher gesprochen hast. Mann, mach es, Bruder. Ich habe gesehen, dass du 50 Cent kanntest, bevor er explodierte. Ja, was war das? 50 war die Art von Kerl, der ein kleines Notizbuch bei sich hatte und ich. Er hatte einen kleinen Block bei sich, auf dem er alles aufschrieb. Verstehst du? Ich und er stiegen ins Flugzeug, wir flogen nach Vegas und ich gab ihm meine Karte. Meine Visitenkarte war Side Warfare Security Management und überall, weißt du, was ich meine? Also, 50 hat einen Song darüber gemacht, wisst ihr, was ich meine? Und er hat das in den Song eingebaut. Und vor ein paar Jahren, vor einem Jahr oder so, nicht mal ein Jahr oder so, hat er gesagt, als er meinen Namen fallen ließ, sagte er, yo, ich habe das Sair, ich habe das von Big Gene. Er hat versucht, euch das zu erzählen. Puff, years ago, but 50 was a type of dude that if you knew he was with you, he was with you even back then, he was your back. Whether you were security or whatever you did, if he was with you, he was with you. And that's what you got to love about him. You know what I mean? Du musst seine Loyalität nicht in Frage stellen. I know what I mean. What do you mean? Stellen. Verstehst du, was ich meine? Wenn du... Ich habe keine Ahnung, warum die Karriere auf einmal auf Englisch ist, warum diese... Ich werde danach das Transkript nochmal genau durch mir durchschauen. Warum hier wirklich der Übersetzer vom Text einfach Teile einfach auf Englisch gelassen hat. Ja, ich sehe es gerade, doch. Teile sind einfach auf Englisch gelassen worden. Warum auch immer. Fragezeichen. Und dafür bezahlt man noch. Hart. Ich dachte wirklich, dass Dieb L der beste Übersetzer ist oder einer der besten Übersetzer ist. Komisch. Wenn du in einen Kampf verwickelt bist oder wenn du in eine Situation gerätst, weil er ausgeht, nun, ich schätze, du hast mit ihm rumgehangen oder kanntest ihn, äh, weißt du, kurz bevor er erschossen wurde, nun, was passierte war, dass ich einige Informationen bekam. Ich habe versucht, ihm eine Weste anzuziehen, aber ich hatte damals eine Größe von 3x und 50 eine große. Also passte er nicht wirklich in die Weste. Ich habe ihm einfach gesagt, wie die Situation ist, die ich kenne und ihm gesagt, dass er aufpassen muss, weil diese Katzen auf ihn losgehen werden. Verstehst du, was ich meine? Und er sagte, ja, ja. Und er sollte nach Cancun gehen. Und ich sagte ihm, wenn du nach Cancun kommst, dann habe ich dich, weil ich da unten als Sicherheitsmann bei Dadios gearbeitet habe. Verstehst du? Und ich hatte Leute da unten, die ich kannte, die aus Puerto Rico kamen und dort arbeiteten. Also sollten sie dafür sorgen, dass ich alles, was ich brauchte, dort bekommen konnte, wenn ich auf die Insel kam. Sie sollten dafür sorgen, dass ich, wenn ich auf die Insel komme, alles, was ich brauche, direkt auf der Insel bekomme. Verstehst du? Sie arbeiten direkt mit dem Syndikat zusammen. Also sollte 50 da runterkommen, um seine Show zu machen. Und er hat es nicht geschafft, weil sie auf ihn geschossen haben. Ich weiß nicht, ob er überhaupt kommen wollte, aber er sollte kommen, weil er die Hälfte des Geldes bezahlt hat, um da runterzukommen und aufzutreten, wie sie ein Industriecamp ausrauben. Und wann hast du ihn das nächste Mal gesehen? Ich saß im Computer Rico und ich saß alleine da und chillte und er hatte seine ganze Entourage bei sich und kam direkt zu mir rüber und sagte, Yo, Jean! Und ich sagte, Yo, was geht ab? Und er sagte, was geht ab? Er sagte, was geht, Mann? Er streckte seine Hand nach mir aus und wir ergriffen meine. Er sagte, sie können nicht aufhalten, was Gott vorhat. Dann ging er zu seinen Geschäften über und dann explodierte er. Weißt du, er, Mann, ich, Mann, was hat er 50 angetan, dass er ihn so sehr hasst? Mann, das ist verrückt. Nun, ich denke, es ist nur, weißt du, du musst es so sehen, dass 50 eine Menge geschrieben hat, die eine Menge Geld für Didi gemacht haben und er wusste damals am Ende des Tages, dass er nicht wusste, was er jetzt weiß, aber er hat ihn ausgeraubt. Verstehst du? Oh. Weißt du? Bringst diese Kinder rein und sagst, Yo, wie Yo, hier, schreibe diesen Vers für mich, Mann. Ach so, 50 Cent hat für Didi geschrieben. Okay, krass. Für diesen. Und gibst ihnen 5000 Dollar, verstehst du? Oder, oder, oder 10.000 Dollar. Und du machst 100.000 oder 200.000 oder vielleicht 2 Millionen oder eine Million, was auch immer der Fall sein mag. Die Leute nennen das ein gutes Geschäft. Das ist kein gutes Geschäft. Das ist ein Talent, das man für sich selbst benutzt und ihm nicht das gibt, was es wert ist, wenn man diese Kinder hätte unterrichten können, man hätte diesen Kindern helfen können und vielleicht hätten diese Kinder einem an dem Punkt geholfen, an dem man jetzt ist. Also wenn das der Fall ist, hat er jedes Recht, aber 50 macht das für die Kultur. Du verstehst, wenn es, wenn es ihm gesagt wird, wird er es haben und es wird auf die richtige Art und Weise gesagt werden, ja, Mann, 50 geht hart mit Didi ins Gericht. Das ist auch gut so. Das ist wirklich sehr gut so. Er hat natürlich einen persönlichen Call gegen P. Didi, aber ich finde das sehr gut, dass er das so ausführlich machen wird. Und ich hoffe, dass die Doku wirklich ausschlaggebend sein wird. Ich glaube, das wird nicht wie die Netflix-Doku. Gut, ich hoffe es sehr, wie gesagt, ihr habt es ja selber gehört. Ich, du weißt, es ist konstant auf seinem Instagram. Du weißt, es ist irgendwie, du weißt, es ist ziemlich unterhaltsam zu sehen, wie er so leidenschaftlich über seinen Hass für Didi ist. Hör zu, du weißt, wie viele, wie viele deiner Feinde du liebst. Richtig, richtig. Ich liebe keinen meiner Feinde. Mann, gut. John Deal, Mann, ich schätze es wirklich, dass du dir die Zeit nimmst. Hey, Cam, kann ich meine Bücher in deiner Show vorstellen? Sicher, ja, ich habe diese, ich habe diese. Das erste Buch ist meine Welt als Bodyguard und Hip-Hop-Star von den Anfängen meines Lebens. Bis zu der Zeit, in der die berüchtigten Bigs sterben. Es enthält Geschichten über Rap-Beefs. Es enthält Geschichten über alles und jeden, die von St. Louis bis New York City reichen. Es enthält verschiedene Unternehmer hier in New York City und alles. Das zweite Buch ist das Leben nach dem Tod als Bodyguard und Hip-Hop-Star. Es enthält die Nacht in der Big Dot, alles, was du wissen willst, Geschichten über den Pan-Big-El-Fat-Joe, jede und alles, was sie wissen, was ich sage. Und haben auch die Kreuzfahrt die gleiche Bande in ihm. Und Slick, die Familie, können sie auch. Ich bin die erste Person, die jemals getan habe. Ich habe einen QR-Code hier rechts, wo man direkt auf einige Bilder, die nicht, das ist nicht in dem Buch, Kuss, sie waren im Begriff, mich extra zu berechnen, um die Bilder in das Buch, so habe ich es, die Slick-Wack, sie alle smartet sie und einfach einen QR-Code. Ja, Sir Cam, danke, ich schätze dich, Bro, danke, Mann, ich schätze dich, Jean, salute for show. What's up? This is Panzer Unchained. We got more content like this coming soon. So hit that Like-Button, subscribe and stay locked into Panzer Unchained.